Schauen Sie die Kuckungs, die schwimmen, die tanzen. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, haben wir dann so eine Schutzhülle mit der Rauchensei. Diese Schutzhülle ist die letzte Schicht. Borette-Seide heißt es in der Zusammenarbeit, also Schatzseide und die Borette-Seide, die haben einen sehr hohen Verschleiß, was für uns mindere Qualitäten bedeutet. Deshalb können wir es bei unseren Täppichen nicht gebrauchen. Weggeschmissen wird es aber auch nicht. Verwendung finden Sie in der Kuckung. Beispiele gleich, Leinkammer, Blusen, Hemden, Tücher, etc. Innendrin ist dann noch die Raupe, die ist auch sehr interessant, denn bei uns wird wirklich nichts weggeschmissen. Das, was hier gesammelt wird, das nimmt mein Meister mit nach Hause. Er füttert seine Hühne rum mit, Eiweiß und Protein. Aber im Hochsaal haben wir mehrere davon. Wir geben es an die Kosmetikbranche weiter. Das sind schöne Kosmetikartikel. Schönheitscreme in Ostasien. Ich habe es noch nie probiert, keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich möchte es auch nicht. Gut, wir müssen weiter, liebe Gäste. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich habe aber jetzt zwei kleine Ritten an Sie. Erstens, ab dieser Tür ist das Film und Fotografie nicht mehr lauf, das ist ein Verständnis. Und zweitens, wenn wir jetzt gleich hochlaufen, dass wir bitte wirklich in einer geschlossenen Gruppe bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verdorben wird. Ich habe genommen noch meine Toilettenpauze. Ich werde dann beteiligt. Ich ziehe den Toilettenpauern. Dann schieße ich wieder mit. Ich habe das Wort. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.